Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Fokus-Rollout-Präsentation. Wir freuen uns riesig, in unserem Fokus-Projekt Eftero Wind Energy präsentieren zu dürfen. Ich nehme gleich Energie als Stichwort. Eines der grössten Probleme unserer Zeit ist die nachhaltige Energiegewinnung. Die Menschheit braucht mehr denn je saubere, erneuerbare Energie. Wind ist genau solch eine Ressource. Sie ist in Theorie gross genug, um den kompletten Energiebedarf der Menschheit zu decken. Das heisst, theoretisch könnten wir endlich weg von AKWs und Kohlenkraftwerken und unseren Fokus komplett auf erneuerbare Energien legen. Die Innovation ist nun, dass wir Windenergie auf einer völlig neuen Ebene effizienter erschliessen. Hier kommen Airborne Wind Energy Systeme ins Spiel. Kurz AWE. AWE-Systeme bestehen aus einem Flugzeug, das einem Seil angehängt ist. Und wir lassen das Flugzeug dann im Wind fliegen. Ähnlich wie bei einem Drachen entsteht so Zug auf dem Seil. Das Seil ist am Boden an einer Seilwinde aufgerollt. Und durch diesen Zug dreht sich die Seilwinde, der Generator wird angetrieben, es entsteht Strom. Kombiniert man Seilwinde und Generator und setzt diese dann auf einen mobilen Anhänger oder sonst eine Plattform, erhält man die Bodenstation. Also ein mobiles Kraftwerk. Ich möchte noch genauer auf die Flugphasen von FTERO eingehen. Das Flugzeug startet vertikal. Das ist der Vertical Take-Off. Der Vertical Take-Off geht dann über in die Transition. Das ist der Horizontalflug. Weiter zur Traktion. Das ist die wichtigste Phase. Wir fliegen dort eine Spirale, die mit dem Wind gekippt ist. So haben wir maximalen Auftrieb. Wenn die maximale Seillänge erreicht ist, fliegen wir dann zurück mit der Retraktion. Dieser Zyklus, Traktion, Retraktion, nennt man Power Cycle. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wieso überhaupt AW-Systeme, weil es gibt ja schon Windkraftwerke. AW-Systeme kommen zwei- bis dreimal so hoch wie Windkraftwerke. Dadurch können wir in der Höhe stärkere und konstantere Winde erschliessen. Wir erreichen 30 Mal mehr Effizienz. Und wie Sie sich bestimmt vorstellen können, fällt die komplette Konstruktion mit dem Mast und dem Fundament weg. Und wir haben eine preisgünstigere Lösung. Die Philosophie, mit der FTERO nun das AW-Projekt realisiert hat, ist Fast Prototyping. Wir wussten, dass wir es nie schaffen, autonom ein AW-System zu bauen, wenn wir nicht immer testen gehen. Hier steht Fast Prototyping für testen, 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 reparieren, testen, testen, testen. Wir haben früh angefangen, die Flugzeuge modular aufzubauen. Das heisst, wir haben Ersatzteile, die bei einem Absturz ersetzt werden können. Ausserdem setzen wir total auf In-House-Production. Wir haben Lasercutter, 3D-Drucker und einen Autoklaven. Somit sind wir nicht auf externe Lieferanten angewiesen und vor allem nicht auf externe Lieferfristen. Wir haben dank Fast Prototyping geschafft, 6 Flugzeuge und 7 autonome Controller zu testen. Wir sind 30 Mal aufs Feld gegangen und sind 141 Mal geflogen. Ich bin ehrlich mit Ihnen, wir sind 28 Mal abgestürzt. Aber das Faszinierende kommt jetzt. Anstatt 28 Flugzeuge zu bauen, konnten wir 26 Reparaturen durchführen. Das heisst, in neun Monaten und 141 Testflügen haben wir lediglich zwei Flugzeuge zerstört. Eines davon war ein Modellbauflugzeug, ein Easy Glider. Und das andere war unser erster Prototyp, die Mila. Morphing Intelligent Lightweight Aircraft. Nun, was muss man sich unter Morphing vorstellen? Bei uns heisst das, dass unsere Flügeloberfläche keinen Unterbruch hat und somit beim Aktuieren der Kontrollflächen kein Spalt zwischen der Klappe und dem restlichen Flügelprofil entsteht. Dadurch verhindern wir unnötige Verwirbelungen und haben eine höhere Effizienz. Und so können wir auch mehr Strom produzieren. Intelligent heisst so viel, wie dass der von uns entwickelte Controller dem Flugzeug hilft, seinen Weg selbstständig zu finden, ohne dass wir eingreifen müssen und einen kompletten Zyklus fliegen kann. Die Designfreiheiten, die uns das 3D-Druckfertigungsverfahren gegeben hat, haben wir ausgenutzt, um eine angepasste Flügelrippe zu konstruieren, die optimal auf unser Morphing angepasst ist. Wie unter anderem auch der Flügelabschluss, das sogenannte Wingtip, welches wir selbst zeichnen, kreieren und anschliessend auf unserem 3D-Drucker drucken konnten. Nun, Kunststoff würde die Lasten eines AW-Systems niemals aushalten. Deshalb verbinden wir diese Rippen mit den Carbonstäben, welche sehr leicht, aber trotzdem extrem stabil sind. Weiter mit anderen Carbonelementen und abschliessend mit der Carbonhaut bildet der Flügel so ein sehr stabiles Konstrukt, ist aber gleichzeitig extrem leicht. Das Resultat, ein Flugzeug mit gut 2 m Spannweite, das aber immer noch horizontal starten und landen muss. Nun gilt es, den Schritt weiterzumachen, von einem ersten Prototypen zu einem funktionierenden, vollautonomen Flugzeug und einem AW-System. Wir haben Milena gebaut. Morphing Intelligent Lightweight Extendable Novice Aircraft. Extendable, nun wir haben die Spannweite auf ganze 4,6 m erweitert. Das haben wir realisiert, indem wir, wie hier zu sehen ist, Ansteckflügel gebaut haben, die wir wiederum modular austauschen können, was unser FAS Prototyping nochmals unterstreicht. Der Flügel wurde auf rund eine halbe Tonne Zugkraft vom Seil ausgelegt und auf die gleiche Art und Weise gebaut, wie ich das vorhin erläutert habe. Mit diesem Flugzeug stossen wir nun zu allen anderen AW-Systemen und tragen einen Teil bei der Forschung dieser neuen Energiekraft bei. Hier nochmals sehr prominent zu sehen sind die vier zusätzlichen Rotoren. Diese benutzen wir, um vertikal zu starten und wieder zu landen und reduzieren dadurch das Risiko in diesen kritischen Phasen. Nun, bevor wir euch zeigen wollen, was wir alles geschafft haben dieses Jahr, möchten wir ganz herzlich unserem Hauptsponsor, der BKW, danken, sowie all unseren weiteren Partnern und Sponsoren, sowie dem CEMAS Lab, Professor Armani und unseren Betreuern. Ohne die wäre das alles nie möglich gewesen. Vielen Dank! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Letzte Woche haben wir das erste Mal Strom produziert und sind mit unserem grossen Flugzeug geflogen. An diesem Punkt wäre es nun schade aufzuhören. Deshalb testen wir noch weiter und werden im Herbst unsere Resultate und unser Projekt vorstellen an der internationalen AWEC-Konferenz in Glasgow. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns sehr freuen, Sie auch noch an unserem Stand begrüssen zu dürfen im L.A. Applaus 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 Applaus